3, auf geht's, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 5, 1, 4, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 7, 2, 7, 1, 6, Ich response nur noch einen Halt von der anderen Seite. I come from his Head, he comes from my Arm, I parry, I go for his Head here, push down a lot. He wants to go to my Head, wants to go to my Breast, I parry here, wind to you, and pull him. Es gibt auch die Möglichkeit, auf der anderen Seite zu gehen. Ich gehe von meinem Breast wieder. So, wenn er von meinem Breast kommt. So, ich push hier. Ich winde hier. Und ich kann hier pull. So, diese Version auch funktioniert. Und von hier kann ich einfach retreat mit dem Blum zu den Händen. So, das ist es für heute. Danke, Fabian. Und danke, dass du auf die Seite gesehen hast.